Ich grüße euch, meine Lieben, willkommen zu der Auslosung des schönen Gewinnspiels, das ich in Zusammenarbeit mit Retro Plays veranstalten durfte. Bevor wir jetzt gleich mit der Auslosung voranschreiten, möchte ich mich natürlich bei Retro Plays bedanken, dafür, dass sie auf mich zugekommen sind und dass wir diese Gelegenheit ja zusammen umsetzen konnten. Ich denke mal, das war an sich eine sehr gute Idee. Ihr habt was davon, ich konnte euch ein bisschen was verlosen. Was will man mehr? Aber jetzt noch eine Sache will ich einfieben, bevor wir jetzt mit der Verlosung loslegen. Und zwar etwas Werbung in eigener Sache. Und zwar, der eine oder andere hat es mitbekommen, ich habe jetzt mein Buch, die Gameboy Geheimtipps, jetzt eigentlich aus der Druckerei erhalten. Das heißt, die Bücher dürften jetzt bald bestellbar sein. Ich habe meine eigene Exemplare leider noch nicht in der Hand. Die sind zentral wo eingetroffen und werden jetzt ein bisschen verteilt, ein bisschen an den Händler. War natürlich auch an mich. Und ich denke mal so, Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche, dürften die bestellbar sein. Aber da kommen natürlich noch Details hier auf diesen Kanal. Entweder im Community-Tab oder ich mache mal ein extra Video dazu. Ich muss mir nochmal Gedanken machen, wie ich das genau mache. Deswegen freut es mich sehr, dass ich dieses Projekt endlich abschließen konnte und einen Haken jetzt dran machen kann. Es haben ja schon viele von euch auf jeden Fall Interesse daran gehabt und haben auch Interesse. Dafür möchte ich mich natürlich bedanken. Schön, dass ich wirklich von euch so einen Support kriege. Und in dem Buch steckt wirklich so ein bisschen mein Herzblut. Und jetzt habe ich versucht, jetzt im Gegensatz zu den Gameboy-Gurken, da nochmal mal 100 überall einen draufzusetzen. Aber genug da langen Vorräte. Kommen wir zu der Verlosung. So, und dazu habe ich jetzt hier diese Seite commentpicker.com. Die habe ich schon mal benutzt. Da kann man im Prinzip hier ein YouTube-Video einfliegen. Und kann man hier entsprechend auch auswählen. Zum Beispiel hier, dass doppelte Nutzer rausgefiltert werden sollen. Ob Antworten zu Kommentaren auch gezählt werden sollen und so weiter. Ich habe jetzt im Prinzip hier nur ausgewählt, dass doppelte User rausgefiltert werden sollen. Das ist die Video-URL. Könnt ihr auch gerne nachprüfen. Und ich würde sagen, ich klicke hier jetzt auf Start. Und derjenige, der jetzt gezogen wird, hat gewonnen. Wir machen es spannend. Und, wer ist es? Wer ist es? M. B. Gratuliere zu dem Gewinn der vier Gameboy-Spiele. Bitte schreibe mir in, da kommt es, eine andere Seite. So, ich und spiegelverkehrte Kamera. Ist eine E-Mail-Adresse eingeblendet. Das ist meine. Bitte schick mir eine E-Mail mit deiner Adresse. Und dann mache ich dir das fertig und schicke dir das zu. Ansonsten, vielen, vielen Dank an alle, die daran teilgenommen haben. Und vielleicht ist es ja auch nicht das letzte Gewinnspiel. Wer weiß, schauen wir mal. Und wie gesagt, MB, schreibt mir eine E-Mail. Vielen Dank und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Je nachdem, wann ihr das guckt. Und viel Spaß bei egal, was ihr noch vorhabt. Tschö.